Ja, das ist immer eine gute Sache, sowas. Wir waren ja als Kinder auch in unseren Fußball-Camps und haben uns auch gefreut, wenn Profispieler vorbeigeschaut haben oder wenn man mal die Chance hat, da ein paar Fragen zu stellen. Ich denke, dass die Kids hier einen riesigen Spaß haben. Es ist eine super Sache für die Kleinen und ich denke, die haben sich gefreut, dass wir vorbeigeschaut haben. Die müssen nach Hause gehen, die Augen müssen strahlen, leuchten und die müssen sagen, geil, da wollen wir immer wieder hin. Das war mega stark, das hat Spaß gemacht und da wollen wir dabei sein. Wir wollen Teil von dem Ganzen sein. es war mega schnell los. Es war mega stark, das ist jaρηκаз, dass wir zum Beispiel einer ganz guten gegeneigt haben. Im Sebắc ist der Punkt einander.